Offenporige Leder wie Anilin oder Rauhleder können Öl- oder Fettflecken bekommen. Das kann passieren, wenn Salatöl oder Lampenöl auf die Couch kleckern, Fett vom Bratwürstchen auf die Jacke perlt oder Diesel beim Tanken auf den Schuh tropft. Frische und nicht zu große Flecken können mit Fettlöserspray entfernt werden. Bei sehr großen Flecken sollten Sie aber einen Fachmann zurate ziehen. So einfach lassen die sich mit Fettlöserspray nicht entfernen. Da könnten Sie sich zum Beispiel ans Lederzentrum wenden. Vorsichtig sollte man auch mit zu schnellen Reinigungsversuchen sein. Der erste Versuch ist meist Spüli mit etwas Wasser. Das kann aber zu noch größeren Rändern führen und der Fettfleck bleibt in der Mitte sichtbar. Zum Entfernen der Flecken wird der Bereich mit den Fettflecken mit dem Fettlöserspray vorsichtig eingesprüht. Danach lässt man das Spree in Ruhe trocknen. Beim Trocknen wird der Bereich, den man mit dem Fettlöserspray eingesprüht hat, weißer. Ein weißes trockenes Pulver bleibt zurück und im Bereich der Flecken sieht man eine Dunklung. Wenn man die Möglichkeit hat, sollte man das Pulver vorsichtig draußen ausklopfen und mit einer Bürste entfernen. Man kann das Pulver auch absaugen oder wenn man eine Werkstatt hat, mit Druckluft abfußen. Der Vorgang muss so lange wiederholt werden, bis keine Dunklung im Bereich der Flecken mehr erfolgt. Manchmal muss man sogar bis zum nächsten Tag warten, weil Fett, was noch im Leder vorhanden ist, langsam wieder nach oben wandert und am nächsten Tag mit dem Fettlöserspray nochmal entfernt werden muss. Ist man mit der Arbeit fertig, sollten trockene Leder rückfettend gepflegt werden. Um weitere Flecken zu vermeiden, sollte man das Leder zukünftig regelmäßig nachimprägnieren. Verbleiben doch noch leichte Dunklung, gibt es noch andere Möglichkeiten, das Leder etwas aufzuhellen. Bei offenporigen Glattledern bietet sich die Möglichkeit, das Leder zu dehnen und zu strecken, um die Poren zu öffnen. Man kann es auch mit der Hand mal kräftig durchrubbeln und walken. Auch das führt häufig zu Aufhellungen. Rauleder wie Nubuk und Velourleder sind geschliffene Oberflächen. Dort kann man auch vorsichtig schleifen. Aber Vorsicht, nicht zu hell schleifen. Den Vorgang immer in einem verdeckten Bereich üben. Nicht jeder Öl- oder Fettfleck lässt sich auf diese Art restlos entfernen, aber oft erzielt man eine deutliche Verbesserung. Musik 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 Musik